So kommen wir jetzt ja schon wieder an der Zapfsäule zu spüren. Aber vielleicht muss einfach unser grüner Menschenrechtswirtschaftsminister Habeck persönlich nochmal hinfahren und wieder so einen schönen Bückling machen wie in Katar. Naja, so viel hat er allerdings auch nicht gebracht. Aber es gibt Hoffnung. Wenn die Grünen noch lange regieren, dann brauchen wir vielleicht auch die ganze eklige fossile Energie nicht mehr. Ja, aber Moment mal. Das geht doch nicht Hand in Hand, was sie da sagt. Also, wir machen ja nicht die Waffendeals mit Saudi-Arabien, beziehen deren Gas, damit uns gleichzeitig die Deindustrialisierung drohen würde. Sondern indem der Deal mit Saudi-Arabien gemacht wird, wird nun mal die Deindustrialisierung von Deutschland verhindert. Aber hier im Zeitungsartikel steht das nun mal. Also ihr habt es gerade gehört, aus jeder noch so brutalen Diktatur dürfen wir Waffen beziehen. In jede noch so brutale Diktatur, die andere Länder überfällt, dürfen wir Waffen liefern. Solange das der deutschen Wirtschaft nutzt und es dem westlichen Bündnis dient. Also, es ist so toll. Also, wenn man es in Bezug auf Russland sagt, dass wir uns da von unserer billigen Energie abschneiden, dass das zu einer Deindustrialisierung führt, die man ja auch empirisch sehr gut messen kann. Dann ist man ein Verschwörungstheoretiker und was weiß ich. Aber wer selbst begründet jetzt, dass diese Deindustrialisierung, die ja eine Verschwörungstheorie ist, ist, dass die zu verhindern, eben das Ziel der deutschen Handelsbeziehung mit Saudi-Arabien ist. Also, diese Typen sind so durch. Die haben keine konsistente Argumentation, die haben kein konsistentes Handeln. Die versuchen nur, ihre politischen Gegner zu hetzen und sie aufs Übelste zu diffamieren. Deutschland droht die Deindustrialisierung. Also, wenn das da jetzt steht, dann wird das ja jetzt immer noch so sein. Also, nicht, weil diese Partei irgendeinen Beitrag dazu... Zwingt mir im Chat bitte nicht mit Michael Roth an. Also, SPD, Grüne, die sind komplett von diesen transatlantischen, neoliberalen Wokisten unterwandert bzw. kontrolliert. Die haben diese Ideologie völlig angenommen. Wie gesagt, Transatlantizismus, Neoliberalismus, Wokismus, der heilige Dreiklang des deutschen Establishments, dem müssen wir uns komplett entgegenstellen. ...leisten würde, dass plötzlich so viele innovative Technologien erfunden werden und zum einen... Ich sage es deswegen auch immer wieder, SPD und Grüne sind unsere Gegner. Das sind nicht unsere Verbündeten. Das ist niemand, mit dem wir koalieren können. Das sind unsere politischen Gegner. Unser Ziel sollte nicht sein, mit denen irgendwann zusammenzuarbeiten, sondern unser Ziel sollte die Zerstörung von SPD und Grünen sein. ...insatz kommen, dass wir tatsächlich keine Kohle, kein Öl und kein fossiles Gas mehr brauchen und verfeuern müssen. Das wäre ja sehr wünschenswert. Aber danach sieht es überhaupt nicht aus. Was die Grünen allerdings gut und gerne schaffen könnten, das ist, unseren Hauptverbraucher von Energie, nämlich die deutsche Industrie, so zu schädigen und zu dezimieren, dass das Einhalten der Klimaziele plötzlich ganz einfach wird. Denn die Wahrheit ist doch, und so richtig können Habbig und Co. das auch nie verbergen. Das stimmt übrigens. Also eines der Länder, was die stärkste CO2-Reduktion seit 1990 geschafft hat, ist übrigens lustigerweise Russland. Eben weil Russland sich in den 90er Jahren so stark deindustrialisiert hat. Also eine Deindustrialisierung führt natürlich auch zu einem Rückgang der CO2-Emissionen. ...dass die Grünen teure Energie eigentlich gar nicht so schlecht finden. Immerhin hatten sie schon vor dem Ukraine-Krieg die Position, nur teure Energie ist gute Energie. Keiner Unterschied. Wenn ich da eine CO2-Bepreisung drauf tue, dann sammle ich diese Kosten ja dann über den Staat wieder irgendwo ein. Aber jetzt gerade ist die Energie teuer, ohne dass das durch eine Steuer entsteht. Das heißt, da gräbt sich der Staat jetzt nur geringfügig dann mehr ab. Eine Steuer kommt ja von Steuern. Das heißt, darüber steuere ich auch, wie viel zum Beispiel gekauft wird und verkauft wird und dementsprechend auch verbraucht wird. Und das passiert halt jetzt gerade nicht. Deswegen ist es, also gerade sie, die ja immer die Wirtschaftsmythen aufklärt, müsste sowas eigentlich sehr gut erklären können. Aber naja, was erwarten wir eigentlich denn? Und deswegen haben sie damals die tolle... Ja, Dara, du hast die Strom anwiderlegt. Herzlichen Glückwunsch. Also das war natürlich richtig, was Dara da gerade gesagt hat, aber Wagenknecht hat auch nie was anderes behauptet. ...CO2-Abgabe durchgesetzt, die Sprit-, Gas- und Heizöl systematisch verteuern sollte. Ja. Andere Alternativen dann selbstverständlich. Ich würde nicht sagen, dass Dara dumm ist. Ich glaube, dass er genau weiß, dass er Lügen verbreitet. Ich glaube, dass er genau weiß, was er da tut. Wie das dann moralisch zu bewerten ist, das könnt ihr selbst entscheiden. Aber ich würde nicht sagen, dass er dumm ist. Das würde ich auch über Leute wie Shuyoka nicht sagen. ...attraktiver gemacht hätte mit der Zeit. Und jemand, der es sich leisten kann, könnte immer noch darauf setzen, das Geld, was dann zusammenkommt, dadurch, dass da ja eine Steuer drauf fällt, beispielsweise, wenn das so ein Modell wäre, das kann man dann wieder nutzen, um beispielsweise erneuerbare Energien auszubauen. Und dem Besitzer eines Diesel-Mittelklasse-Wagens auf dem Land, dem wurde dann eben empfohlen, auf den nicht vorhandenen öffentlichen Verkehr umzusteigen. Gesagt, alle Lügen, die Dara verbreitet. Ich gehe davon aus, dass er komplett weiß, dass das Lügen sind. Ich gehe davon aus, dass er das aus politischer Strategie tut, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Was man ja dann hätte damit bezahlen können. Es ist ja nicht so, dass dort irgendwie sowas eingerichtet wird, ohne die Alternative. Sie fährt da voll, dieses Narrativ, die sind halt alles Vollidioten. Die würfeln halt einfach ihre politischen Positionen aus und haben halt gar kein Konzept. Und das ist eine Art und Weise, weil wie gesagt, ich bin auch nicht kein Grüner. Ich bin in der Partei Die Linke. Und gerade die Linken sollten daran interessiert sein, was die Wahrheit ist. Und wenn sie die Grünen kritisieren, dann auch bitte konstruktiv mit der Wahrheit. Die Grünen betreiben gerade eine Deindustrialisierung in Deutschland. Die Produktion der energieintensiven Industrie ist aktuell 20 Prozent unter der vom Vorkriegsniveau. Im Herbst 2022 sah es, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm aus. Aber da war sie schon gut auf dem Weg. Und angesichts der damals schon explodierenden Energiepreise war das auch abzusehen. Dass die Energie in der Silberindustrie abwandert, genauso wie Wagenknecht es gesagt hat, das ist die Wahrheit. Wenn man das als Verschwörungstheorie bezeichnet oder als Lüge, dann lügt man selbst. Dann leugnet man die Wahrheit. Das ist ja der ganze Punkt. Wahrheit und nicht eben mit diesem billigen Populismus, der nur dazu dienen soll, dass Menschen misstrauisch werden gegenüber der Regierung, gegenüber der Demokratie an sich und damit die ganzen Leute zu den Rechten rennen. Oder sich halt ein E-Auto zu kaufen. Und wenn die Heizkosten über den Kopf wachsen... Also, sorry, Ziver, da im Chat, ich glaube, dass Dara genau weiß, dass das Lügen sind. Und wenn er anderen Leuten unterstellt, sie hätten etwas gesagt, was sie niemals gesagt haben, und er dann auch, nachdem man ihn korrigiert, komplett Korrekturen abblockt, dann weiß er ja, dass das gelogen ist. Er denkt sich einfach Lügen über andere Leute aus, um sie zu diskreditieren. Und er hat sich dann verhoben bei KufenTV, aber das hätte er nicht aus Dummheit gemacht, sondern er hat sich verzockt. Er hat einem zu großen angegriffen. Und er hat sich zu offensichtlich lächerlich gemacht. Aber bei anderen kleineren Creatoren, wie bei einem Erwin, da kann man es ja machen. Also, ihr seht ja, wie er auf Twitch agiert. Ich meine, die ganzen hier Twitch-Chats, die sind ja auch in anderen Twitch-Chats manchmal unterwegs. Also, ihr wisst ja, wie Dara agiert. Der macht das schon absichtlich. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass dem so ist. Es ist eine Wärmepumpe installiert. Also frei nach dem Motto der einstigen französischen Königin Marie-Antoniette. Was beschweren sich die Leute, dass das Brot so teuer wird? Dann sollen sie doch Kuchen essen. Hat sie übrigens nie gesagt oder ihr angedichtet. Dann begann der Ukraine-Krieg. Und auf ihn folgten die vor allem von den Grünen vom ersten Tag an mit größter Begeisterung unterstützten Sanktionen gegen Russland, die die Preise für Gas, Strom, Sprit und Heizöl dann so richtig zum Explodieren brachten. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer warnt mittlerweile, dass, wenn die Energiepreise nicht sinken, in spätestens sechs Monaten zehntausende Betriebe in Deutschland unwiederbringlich die Lichter ausgehen werden. Ja, und das gilt ausdrücklich auch, wenn die Dara... Was wir dann gesehen haben, googelt den Produktionsindex der energieintensiven Industriezweige. 20 Prozent die Produktion unter der von vor Kriegsbeginn. Das sehen wir aktuell in Deutschland. Also diese Prognosen, die ja der weisen sich jetzt mal ab. Unsere Wirtschaft stürzt ab und gerade die energieintensive Industrie wandert dauerhaft ab. ... derzeitigen Pläne der Expertenkommission zur Gaspreisbremse umgesetzt. Ja, aber es werden ja Maßnahmen ergriffen von den Grünen. Das hat sie ja gerade sogar gezeigt. Wenn die Grünen eine Maßnahme ergreifen, beziehungsweise die Bundesregierung, gegen die Deindustrialisierung von Deutschland, dann ist das... Wie gesagt, also ich sage jetzt nicht, dass Dara ein politisches Genie ist. Aber auch diese Diffamierung von Skouros. Skouros galt in dieser Walkenblase als die Verleumdung, die du da gerade in den Chat geschrieben hast. Und da dachte Dara, Mensch, jetzt kann ich Skouros auch so verleumden. Ich kann hier versuchen, diesen Meinungskampf durch diese Diffamierung zu gewinnen. Dass Skouros weit mehr Reichweite hat und dass Skouros sich davon nicht einschüchtern lässt. Also da hat er sich verzockt. Aber er hat das nicht missbekannt, weil er nicht darüber nachgedacht hat, sondern weil er eine Fehlkalkulation begangen hat. Und kalkuliert das schon durch, was er macht. Aber ist die DL2... Hey, nichts gegen Machiavelli. Der war ein wichtiger politischer Theoretiker. Das ist wieder falsch, weil, guck mal, die Grünen, die verraten ihre Werte, weil die setzen auf Gas- und Ölimporte und sowas. Und dann heißt es halt immer, die Grünen sind so ideologisch gleichzeitig. Aber in Wirklichkeit sind die gerade total pragmatisch. Aber wenn sie pragmatisch sind, dann guck mal, was... Sorry, Machiavelli. Ich weiß nicht, ob ihr El Principe kennt, aber der spricht sich da schon für die Einhaltung moralischer Werte aus. Und der spricht sich da übrigens auch dafür aus, dass man das gemeine Volk nicht zu sehr belasten solle, da das gemeine Volk eben nur ein Interesse daran habe, nicht von den hohen Herren unterdrückt zu werden. Die hohen Herren aber ein Interesse daran hätten, das allgemeine Volk zu unterdrücken. Deswegen solle man sich beim Volk als Herrscher beliebt machen. Das ist ja etwas, wogegen Gara sich hier ausspricht. Also er gibt die Empfehlung für eine absolut antimachiavellistische, eine elitistische Politik. Also Machiavelli hat sich ja in gewisser Weise schon für eine populare, eine populistische, nennt es wie er wollt, Politik ausgesprochen, die eben die Interessen des Volkes auch mit einbezieht. Also Machiavelli hat ja geschrieben, dass der gute Wille des Volkes eher beschützt als eine gut ausgebaute Stadtmauer beziehungsweise eine gut ausgebaute Festung. Also das war ja bei Machiavelli schon auch drin. Was für Heuschler. Diese Volkisten operieren ja wirklich gegen die Interessen von 90 Prozent der Bevölkerung. Also diese Sanktionen, die machen ja Strom, Gas, Heizen, alles machen sie teurer. Kann man doch jetzt nicht, also... Oder Habecks bescheuertes Heizungsgesetz. Da ist übrigens auch ein Artikel in den Nachdenkseiten, der das mal aus machiavellistischer Perspektive beleuchtet und zeigt, dass Habecks Kalkulation beim Heizungsgesetz tatsächlich selbst aus rein machtpolitischer Perspektive gar nicht mal so schlau war. Ja. 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 Vielen Dank.